ja hallo liebe wir sind hier in world of warcraft cataclysm classic version 440 sind hier in nordend in den sturm gipfeln tempel der stürmer bei unseren videos hier karg festen vernehmlich dran und sind hier beim tour der territorialen oder mit dem territorialen legt die gestohlenen protodracheneier in das nest der brutmutter und kehrt dann zu torim in den tempel der stürme zurück wir bekommen ein paar items am meisten gold hat dieser zermalma 3 gold 70 bekommen wir dann noch 12.155 erfahrungen hier nehmen die fest an und dann müssen wir hier rüber normal ein bisschen flug wieder vor uns aber auch bald gleich da jetzt sind wir gleich drüber wir sollten gleich drüber sein und hier hin und da sollen wir diese teil benutzen machen wir direkt mal gucken was passiert guckt mal da kommt der viranus ja Untertitelung des ZDF, 2020 Mit Thorin Interessant, so Ab wieder nach oben Fliege, 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 so So, da ist er, der Thorin Zack Und damit können wir jetzt Territoriale Vergehen abgeben Bekommen alles Und damit ist die Quest beendet Ich bedanke mich bei euch Fürs Zuschauen Schaltet gerne wieder ein Lasst gerne Like und Abo da Schaltet gerne mal auf Mein Twitch Kanal Ist verlinkt im YouTube Kanal Und damit bis zum nächsten Mal Tschaui